So liebe Leute, welcome back. Euer von Bergen ist wieder ein Mikrofon. Hallöchen. Willkommen zurück zu GTA 5. Ähm, ich hab mir gerade eine richtig geile Kiste hier geklaut. Mit Anhängern sogar. Ähm, und wir fahren jetzt erstmal zurück und machen heute den Highs, so wie es aussieht. Oh. Was, was? Hilfe? Hat die von dem Auto geklaut? Was will er denn? Was will denn der Audi, Alter? Was will denn der Q7, Alter? Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. So können wir überhaupt nicht miteinander reden hier. So, Alter, geht's noch? Alter, ich komme hier nicht raus. So, jetzt aber. Ey, der ist mir mit seinem Q7, ey, voll, voll reingefahren. Habt ihr das gesehen? Was ist denn das Blaue jetzt da gewesen? Halt, stopp, ich fahre nochmal zurück. Was will ich jetzt abchecken, was da los ist? Ähm, Moment. Ich komme mit dem scheiß Anhänger nicht klar. Der blockiert, der Anhänger. So. Ups. Oh, da fallen die ganzen Sachen raus. So, was ist denn jetzt? Was heißt denn das jetzt hier? Der hat mein... Was, was? Was soll ich... Muss ich den beklauen? Ach so, der hat mein Auto geklaut. Ach, ich soll ihr jetzt das Auto zurückbringen. Ach so. Ach, ich dachte... Ich dachte, die Typ, die Tussi hier... Hätte ihn angerufen. Oh, die ist ja heiß. Die hat nicht mal eine Windschutzscheibe drin. Die hat nicht mal... Geile Tiste, Alter. Gibt's die schon immer? Nice. Ähm... Wo war ich stehen geblieben? Da vorne stand mein Auto, ne? Das ist weg, kam es abgeschleppt. Ähm, was soll ich denn gerade sagen? Ja, ich dachte eben, weil ich das Auto noch kurz vorher geklaut habe. Genau an dem Punkt. Also das, mit dem ich eben gefahren bin. Dass die... Dass der Typ mir hinterher will. Aber, naja, ich hab mich geteuert. Scheiße. Will ich jetzt hier rumlaufen, oder was? Ah, der ist gut. Ah, den Q7 finde ich aber geil. Hab ich noch gar nicht gesehen. Gibt's die schon immer? Gab's den auch schon damals? Gab's den auch schon damals? Ich weiß es noch nicht. Ist interessant. Geile Mucke. Ja. Bomberklapp, ja. So. Wie gesagt, wir fahren heute mal erstmal in den Pussyclub. Und gucken dann, was der Auftrag sagt, was wir noch machen müssen. Ich glaube, der könnte aber jetzt schon wirklich zeitnah starten, ne? Also... Die Big Millions am Dollar-Maken sein. Big am Money-Maken sein, ja? Oh, was machst du denn? Warum bremst du denn? Du bist doch grün. Du bist doch schon längst in die Ampel gefahren. Das Datten-Kadabra, ey. Geht gar nicht. So. Weg da. Sorry. Oh, ich muss hier mal durch. Sorry. So. Sorry. Ich muss hier mal... Ich muss hier mal durch. Ah, sorry. Oh, das tut mir aber leid jetzt. Wo steigt der jetzt auch an? Da steigt er aus. Alles klar. Das muss ich mal beobachten. Jetzt geht das Ding hoch? Ich glaube schon, ne? Wenn das auf dem Kopf liegt, irgendwann fängt es an zu brennen, ne? Was ja eigentlich auch Quatsch ist, wenn man so will. Wir gucken mal. Ja, warum sollte es eigentlich in die Luft gehen? Kann man eigentlich auch in so ein Ding wieder einsteigen? Das wird interessant. Das qualmt man nicht, ne? Ne, man kann nicht mehr einsteigen. Krass. Scheiß Karre. Du Dreck. Du alle... Plastikteilen. Jawohl, die Scheibe sollst du... Alter, hat er eben den ganzen... Hat er die ganze... Was ist denn das? Das ist die A, B, C... Die D-Säule hat er. Die D-Säule hat er mal richtig schön eingetreten. Klar, er ist ja auch... Hast du gesehen, Alter? Wie ich das hier gemacht hab? Okay. Vanilla Unicorn. All right. Hurry up. Get changed, all right? This is the biggest day of your sorry little life. Hey, man. So we really doing this shit? All right, come on. Next door. All right, da. Ah, our network hacker. Don't be fooled by the CRT and the fax machine. The hardware here is state of the art. Cute. Hey, where's the rest of the crew? Outside. Hey, good luck, homies. I'll see y'all at Mission Row, all right? Oh, we'll see you there with approximately eight tons of gold. Four tons, not eight. All right, people, let's go. Okay. Get in the car, baby. We are about to make history. Come on, we're on the clock. Let's get to the tunnel. Okay, Leute. Okay, Leute, ein guter Tag. Es geht los. This the best you could do? What are you talking about? These fucking guys? They're cool. Look, we pulled that thing with them. It went fine. I heard Vangelico with these fools, all right? You setting these guys up for a fall? Huh? Is that what this is about? If they're the diversion, maybe it makes sense. This whole treachery thing is new to me. Oh, listen to this asshole. It's all good. No one is being set up. I've heard that before. Shut it, Trevor. This is the big one. And fuck me, if we don't need any doubts in the back of our heads. All right. It's a fun. If we weren't here yet, let's sit tight. No need to panic. We weren't panicking. Something wrong? Nothing's wrong. We just gotta wait. You saying don't panic makes me wanna panic. All right, here we go. This is it. All right, all right. I see the vans. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Deploy the stinger. Rock and roll. Now keep driving. They should go over it. Oh, okay, Leute. Oh, out. Oh, come on. Get out of the vehicle. Get out of the vehicle. Let's go. Oh, shit. Move your ass. You do not want to die for this shit. Shit. Oh, shit. Your move, buddy. No, 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 no. Get a fucking move on. Come on, move. Hurry up. Just hold on. Hey, you need to get these ready. Please. Let's go. Let's go. Yeah, we got a one-minute window before the GPS starts reading abnormal. Ooh, then let the slaughter come in. No, no, no. Who do you like? This one. Oh, shit. Hey, please, whatever you need. Yeah, no shit. We need you. No, no. What's your name? Casey. Casey. Get in the fucking truck. Let's go. Shoot it. Go, 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 get in. Let's go. Go, come on. Go, move. Okay, Leute. Holy shit. Okay. Ich mach diesmal keine Musik an. Das ist mir jetzt einmal zu spannend, ja? Shit, 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 shit. Relax, man. I'm the one, who should be crapping myself. I'm about to rob the biggest bank on the planet. Fuck, fuck. Look, Casey. I need you calm. You're no use to me when you're freaking... What you want to be right now, it's useful. Onion 86 in sight. Stand by. Hey, I was expecting you like half minute ago. Heh. Here you go. Okay. Every time. Onion 86 in the building. Okay, wir sind drin. Eggplant 22 in sight. Stand by. Alright. They're here. Don't do anything stupid. Let's go, pal. Okay, alles klar. Right behind you, sir. And I'm right behind you. So. Ob der durchdreht, der Casey? How's things? Uh, good. Yeah, uh, um, uh, fine. Hm. I bet the freeway is an absolute B-star-star-ch today. Was? Stechen, stechen. Scheiße, also. And you gentlemen have to sit in those trucks, bored out of your mind, staring at more money, than you know what to do with. Hm. Okay. Let's go. Small talk. Einfach nur small talk. Michael, können Sie ein bisschen entschlacken, ne? You ain't getting through that thing with a chisel. Okay. So, you know what to do. Aha. Come on. Come on. Come on. Come on. Okay. Oh, wie er aussieht, alter. Scheiß Alkoholiker. Gentlemen. Oh, okay. Good job to do. Absolutely. Okay. Boy, oh boy. Das ist Gold. Okay. Das sind die vier Tonnen, ne? Woo! There is a lot of gold in here. We're just holding on to it for the Chinese. No, we never want to keep it in the United States. Sure, take what you can carry. Hey, come on, come on, come on. We got a schedule again. Okay. Oh. These are heavy. A little over two tons of pallet. Yeah? So what's that worth? Gold trading at around 17, 100 to 2,000 an ounce. 35 ounces a kilo, give or take. 1,000 kilos a ton. So that's 200 million dollars or thereabouts. Give me a sip. Yep. That sounds about right. Collection team has the cargo. All right, let's go. Alles klar. Nice. Get many jobs after this? No, it's last one. He's retiring. Hey, exploring other opportunities. Hey, your chance of an early death increases dramatically when you retire. Yeah, I'll bear that in mind. Keine Ahnung. Ah, my back. This much metal ain't normal, is it? Quite a regular. Order came down this morning, but the computer cleared it. Well, let's hope no one untoward gets word. That's what you and the rest of the security gets paid for, isn't it? Cargo's in the loading bay. Get her on board. All right, come on. Let's not take up any more of this gentleman's time than we have to. That's it. Let's go. Hey, I'm not feeling so well. Hey, come on, Casey. Suck it up. You can't handle the hangover case. Do not overindulge. That's right. This man right here will teach you a little something about my reaction. Okay. Machen wir mal, ne? Ich kann gar nicht laufen. Ich kann nur langsam gehen. Ist, glaube ich, so gewollt, ne? So. So. Sieh, gar nichts. Okay, da vorne fährt er. Aber den kann man auch in Goldbarra mitgeben, ne? And then you got the medal. What's your situation? Not good. Me and Meriweather knew we took the U.D. They out there looking for you. Was? Äh, Moment. Halt, stopp. Fricklin. Die hacken da rum, ne? Ajo. Oh, wie war denn das? Okay. Traffic Control. Okay, okay, alles klar. Ah ja, okay. Okay. Okay, da oben ist grün. Scheiße. Okay, hinter uns. Rot. Die können fahren. Die sollen stehen bleiben. Komm jetzt, links. Fahr doch links. Ja, 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 ja. Okay, alles klar. Komm, 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 go, go, go. Boah, war das knapp. Heute unten, die gereichen nicht mehr. Die schaffen es nicht mehr, ne? Okay, perfekt. Puh. Das war nicht so. Doch, es war einfach. Okay, weiter geht's. Hustle ab. Ihr seid, redistribuiert die Werte. Hier sind sie. Hey, guter Arbeit, Gaff. Verdammt, ich kann nicht glauben, wir haben das Mittel. Ganz richtig, alles ohne einen Bösen. Oh, nicht vergessen, das ist hier. Die Werte wird nicht verbraucht. Nein, nein, bitte, bitte nicht. Nein, nein, warte. Die größte Schmerz unserer Leben, wir haben keine Chance. Sorry, Pally, well. Nein, 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 bitte, bitte. Er ist in auf. Huh? Lade die Scheiße um, Mann. Alles klar, geile Waffe am Start. Guck mal, auf der links. Ich stehe auf der Front, Mann. Ihr seid die Freude. F***in Meriwether. Moment. Alter, ich seh nix. Wollt ihr mich verarschen? F***in Meriwether. Habe ich jetzt echt die? Moment. Oh, shit. Was ist das Metall? Oh, shit. Sie kommen mir von der Sonne. Die Flanke haben den Erd. Komm in da. Also, ich glaube, wir schießen unseren Weg raus. Moment. Wo ist, wo ist, wo ist, wo ist Trevor? Wo macht er denn? Okay, den Hammer. F***in Meriwether. Ich hab nix mehr, keine Waffe. Ah, schade, ich hab keine. Komm mal, ihr F***in Meriwether. Moment, Michael, nochmal. Das lief bis jetzt ganz gut. Hey, der letzte Wichser. Wo? Komm nicht raus. Jetzt. Okay. Alter, wie viele das waren. Okay, jetzt ist der scheiß Gold rein, los. Jetzt haben wir die Cops am Arsch noch. Okay, 200 Millionen. Alter, da sind sie. Müssen wir jetzt einzeln fahren, oder wie sieht das aus? Oder zusammenbleiben? Das ist die große Frage. Einzeln hat man ja besser eine Chance abzuhauen, ne? Aber ich glaube, wir müssen noch zusammenbleiben. Die fahren ja auch alle zusammen. Go, go, go. Also wenn die jetzt da vorne Scheiße bauen, kann ich ja nix dafür, ne? Dass wir Geld verlieren. Verstehen sie? 201 Millionen, Alter. Okay, alles gut, alles gut. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich kann ja auch mit Franklin zum Glück noch ein bisschen Spezialmissionen machen, also Spezialfähigkeit noch ein bisschen besser fahren. Sagte er und fuhr scheiß, Alter Falter, was ist denn jetzt los? Wow. Wow, 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 wow. Oh? Die Leute benízieren wir uns in der Löwe. Sp retriejść hier. Kohlen wir uns jetzt! Letz wir über kass. Wo müssen wir sie laufen? Komm, komm, komm! Aggie, schneller! Gyسم-Togopper in der Masse! Slip suic fail, da Higher-to-rich paperwork! Okay. Hier ist der Tunnel. Ich hoffe, dass das funktioniert. Oh, da. Okay, da rein. Ja, ja, ja. Bin drin. Alles klar. Ich sehe nicht die Fahrzeuge. Okay, schnapp den Tunnel und schnapp ein Ground-Team in. Geile Scheiße, oder? Okay. Was ist next? Okay. Diese Leute werden uns auf dem Metall geholfen. Lester ist uns in meinem Platz. Geiler Scheiß. Geiler Scheiß. Hang on. We're just leaving the gold. Yep-er. Hundreds of millions of dollars worth of gold. Hey, Tee. Have a little faith. Faith? In you, buddy? All right. In Lester. In the process. Come on. We've been through it a million times. Any fool can take a score. It's getting away clean that makes the difference between those who walk free and those who do not. Man, I wouldn't know what to do with that shit. I'm guessing you wouldn't either, man. I'm sorry. I just have some trusting issues right now, Franklin. If we get away with this, if, and it's a big if, man, then I could finally really retire. Watch it, Frank. Michael likes to retire with a very interesting exit strategy. Come on, man. Man, I mean, we just took the biggest score in the history of scores. And you bitches just want to move. My mama never loved me. My friends never loved me. I'm mad because I'm rich. I'm sad because I'm successful. Man, this shit is pathetic. Both of you. Oh, I am so sorry. Hey, we did it, assholes. We did it. Sehr geil. Ah, mit dem, ähm, wie sagt man dazu? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Die subtile Variante war jetzt erschreckend simpel, ne? Wir mussten uns auch keinen eigenen Flugplan mehr überlegen. Wir mussten nur hinterher fahren. Also, im Überfall, bis jetzt, wir warten hier mal ab, ob es schon zu Ende ist. Wir werden es ja sehen. Aber bis jetzt war es relativ. Die, die auf Meriwether das bisschen rumgeballert. Joa, das kommt man jetzt stehen lassen. Dann wurden wir souverän abgeholt mit den LKWs. Mussten die, die vier Sterne gar nicht los werden in dem Sinne. Joa. War geil. Und verloren haben wir auch nichts unterwegs, ne? Wir gucken mal, was, äh, gleich die Missionsanzeige sagt. Ob wir es gut gemacht haben oder eher schlecht. Wir werden es ja sehen. Obwohl der Anteil der anderen Leute schon ziemlich hoch ist, ne? Was bleibt denn da übrig für den Rest der Leute? 201 Millionen haben wir geholt. Allein das schon durch vier sind ja 50 Millionen, ne? Aber so können wir ja nicht rechnen. Da will ja noch jeder was abhaben. Ich denke mal, bleibt am Ende für jeden so 10 Millionen übrig, oder was? Joa. So oder so ähnlich. Stimmt, wir haben ja schon ausgerechnet, dass mehr als die Hälfte ja für die Crew drauf geht, ne? Und lässt aber noch gar nicht einberechnet. Ich denke mal schon, so 10, 20 Millionen sind drin. Pro Mann. Wir werden es ja sehen. Bin gespannt. So. Die Frage, ob die andere Variante mehr Geld gebracht hätte, ne? Oder mehr Gold. Die Brachiale. Ich glaube aber nicht, ne? Weil mehr als das, was drin ist, kriegst du ja nicht raus. So oder so. Okay. Da ist er. Wuhu! Gentlemen! Let's see. Wir haben einfach Geschichte gemacht. Ah, ich will hier nicht eine dumme Frage stellen, aber wo ist das Metall? Ich habe es in den Lockdown für ein paar Tage, während ich warte, um es zu schlafen und es zu移ern. Wo? Wo? Genau. Wo ist nur das Punkt? Let's say somebody gets pinched, well then where is the evidence? Or if anyone gets any silly ideas, then they'll just be futile. Well, we can take it easy. Knowing that, uh, it's gonna be a few days before Judas here shows his true colors. Really? Now? Yeah. Now, sugar. Why don't you take a moment while you're sitting on that big fat pile of cash to chill the fuck out and realize what's done is done. Whatever you say. Well, this is a good time. Let's just fucking fuck you! Fuck you, man! Hey, 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 hey! God! For a couple of Midwest stick-up artists, you guys sure have become a pair of whiny West Coast douchebags! What the fuck is wrong with the West Coast? Oh, nothing. I love it here. Everyone's so numbed by the sun that if you use a three-syllable word, they think you're a professor. Man, fuck you! Yeah, fuck you, you high and mighty weasel! And you! Don't talk down them to these fucking idiots! Hey! Leave Lester alone! Oh! Oh, you and Lester together? Oh, now that makes fucking sense! Oh, for fuck's sake, man! You're all a asshole! Man, I gotta go calm down, homie. This shit was real illuminated. Franklin. Sorry. Come on back, have a few days. Jetzt kriegen sie nicht noch voll in die Haare, Idioten, ey. Was zum Henker? Okay, was heißt denn das jetzt, das große Ding? Das Geld ist schon durch? Casey's Anteil? Yeah, jeder kriegt 25. Okay, nice. Michaels Anteil? Franklins? Travers? Lesters? Was ist mit... Da fehlt doch was. Das sind 100? Crew-Anteil, genau, Crew-Anteil. Und Casey kriegt eben mal einen Goldbarren im Wert von 300.000 Dollar. Sehr nice. Signalgeber, Kopfschüsse, 9 von 2. Naja, das ist ja nicht so wichtig, ne? Okay. Im Regen fährt der mit dem Motorrad. Das große Ding! Okay, nice! Warum fahre ich jetzt eigentlich da in die Richtung? Oh, die Cops. Okay, geiler Shit. Franklin hat aber noch eine Mission. Haben wir das Geld schon auf der Hand? Moment. Ne, er hat 787.000. Ich glaub das Geld kommt erst noch, ne? So. Okay Leute, ich würd sagen, die nächste Mission mit Franklin, die machen wir dann in der nächsten Folge. Gucken wir noch, ne? Also bis zum feierlichen Abspann werden wir auf jeden Fall spielen, ist ja klar. Ein paar Missionen sind dann auch übrig. Und natürlich die Story noch weiter voranbringen, was das jetzt heißt. Wie es jetzt weitergeht, ne? Und das Geld muss auch erst mal ankommen. Nur das große Ding zu drehen, das ist noch nicht alles, ne? Also ich würd sagen, bis zum nächsten Mal. Bei ihm. Vielen Dank.